Schnell, Erwin, der Flieger geht gleich hin. Der Flieger fliegt erst, wenn der Erwin sagt, dass der Flieger jetzt fliegt. Scheiße, die haben schon zu. Da ist erst zu, wenn der Erwin sagt, da ist er zu. Schau her. Hallo, Sie. Geht's noch? Gestern ist's noch gegangen, liebe Frau. Servus, Susan, oder Bon Giorno, wie der Spanier sagt. Ist da jetzt schon ein Teneriffa? Nein, hier ist der Gepäckschalter in München. Hier ist der Gepäckschalter für den Flug nach Teneriffa. Schön, dass Sie's noch geschafft haben. Den Koffer bitte aufs Band. Komm, geh weiter, Pixi, lang her. Ja, Leckumilio Crucifix ist der schwer. Ja, komisch. Und deshalb hat bloß der ganze Kleiderschrank drin. Sogar ihr Winterzeug hat's mitgenommen. Ja, was weiß ich nicht, wie kalt's wird im Teneriffa? Auf den Kanaren hat es ganzjährig mindestens 20 Grad. Nein, aber wir fahren aufs Teneriffa, nicht auf die Kanaren. Ich hab von nix an und die Susan, aber die Pfotzen offen bis zum Anschlag. Außerdem ist das drum wegen dir so schwer. Zehn Flaschen Jackie hat er eingepackt und 20 Flaschen Cola. Ja, weiß ich, ob's da drunten ein gescheites Cola haben. Ja, weiß ich, wollen Sie auch mal helfen oder bloß blöd rumstehen? Bloß blöd rumstehen. Ja, leck mich weg. Wir brauchen Schnaps. Erst die Ausweise, bitte. Was will Sie jetzt unseren Ausweis? Ist doch klar, dass wir mehr sind. Sonst wären wir doch wer anders. Ja, komm, passt so, Pixi. Die Signora will einen Ausweis, die Signora kriegt einen Ausweis. Das ist eine Mitgliedskarte vom Mofafrisierclub Weyersbach e.V. Warte mal zu, Susan. Ich würd jetzt einfach mal sagen, Ausweis ist Ausweis oder nicht oder was. Wissen Sie, ich will nicht nach Teneriffa. Von mir aus stehen wir auch bis zum nächsten Sommer hier. Da ist er doch. So, hast du jetzt alles oder brauchst du noch einen Familienstammbaum oder eine Urinprobe? Bitte nicht. Also eigentlich wären wir jetzt fertig. Es gibt nur ein kleines Problem. Sie haben 20 Kilo Übergewicht. Das wird nicht langer. Das wird nicht langer. Ich wär froh, wenn ich bloß 20 Kilo Übergewicht hätte. Schaut mal den Ranzen an. Sie wollen den kaufen. Ach so. Ja, okay. Cool down, Pixi. Das kriegen wir schon. Lass einfach mal einen Erwin machen. Geht's schon her, Susan. Da kaufst du was Schönes. Okay, hab schon verstanden. Schau her. Das ist dem sein bester Freund. Und wir wollen doch nicht, dass der einsam wird. Schauen Sie ab miteinander was unternehmen. Schau her. Schubst alle zwei. Oder haben wir da ein Problem. Also ich sehe da kein Problem. Ich auch nicht. Sie zahlen einfach 359,99 fürs Übergepäck. Dann dürfen Sie in den Flieger. Wie viel in deiner Neinsg? 359,99. Leere. Nein, Thaler. Sie haben jetzt genau zwei Möglichkeiten. Sie leeren jetzt sofort 20 Kilo aus Ihrem Koffer. Oder? Oder Sie schauen sich den Riff am Fernsehen an. Gibt da ganz tolle Dokus. Okay. Und auf was für ein Programm kommen die? Eben. Jetzt räum deine Flaschen aus dem Koffer. Und du deine Wintergrafen, gell. Und sag einmal, wie viel Kilo hat denn so ein Liter? Scheiße. Ich steck fies. Eine Durchsage für alle Passagiere von Carbonfly. An unserem Check-In-Schalter gibt es derzeit längere Wartezeiten. Wir bitten um Ihr Verständnis. Wir bitten um Ihr Verständnis. Das tut doch keiner zu bei dem Gelaber. Pass auf, das geht so. Ey! Ihr Zipfelklatscher! Löffel auf Empfang! Nein! So geht das nicht! Ah ja, stimmt. Entschuldigung. Mein Fehler. So geht das nicht. Das geht so. Achtung, Ihr Zipfelklatscher! Löffel auf Empfang! Der Flug nach Renatifa geht noch nicht. Der geht erst, wenn Bixi und der Erwin fertig sind. Und das kann ein bissl dauern, weil die tappige Zumsel da halt den ganzen Betrieb aus. Asi! Holasi! Blödgesoffener! Siehst du? Jetzt verstehen wir uns. Letzter Anruf für alle Passagiere des Carbonfly-Fluges nach Renatifa. Der Flug schließt in einer Minute. Ups! Ist doch wurscht, ich sag, daheim ist eh am schönsten, oder? Voll! Wärmer als hier ist da bestimmt nicht. Genau! Und weißt was, jetzt ging man zum Shooterwirt und da kauft man so schöne Masse-Jackie-Cola. Das klingt nach einem durchdachten Plan. Schau her, Susan. Das hätte alles dir gehören können. Adi, wie schätzt. Schau her, Tschüss. Das hat sich in die Richtung geschenkt. 1, 2, 1. 3, 2, 1. 2, 3, 4, 3, 5, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10. Vielen Dank.